Mein Name ist Jasmin Laubacher, ich bin dieses Jahr 38, wohne im Aargau und bin Mami von zwei Kindern. Ich habe zwölf Jahre lang auf meinem erlernten Beruf als medizinische Praxisassistentin gearbeitet. Mir ist es immer sehr, sehr am Herzen gelegen, dass ich den Leuten helfen kann und den Menschen etwas Gutes tun kann. Nach dem ersten Kind bin ich dann vier Jahre Vollzeit Mami gewesen, bis der Tag kam, wo wir mussten sagen, wir leben nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen, sprich ich sollte arbeiten gehen, damit die finanzielle Entlastung ins Haus kommt. Der sogenannte Job kam für mich allerdings aus diversen Gründen nicht in froh. Ich hatte die verlangte Flexibilität nicht, bei Krankheitsausfällen spontan einzuspringen oder für Ferienvertretungen das Pensum zu steigern. Die Versorgung sah die Drittpersonen von unseren Kindern nicht gewährleisten. Ich habe dann vor drei Jahren diese Möglichkeit entdeckt und bin sehr froh darum, weil ich mir genau unter anderem an diesen Punkten keine Gedanken mehr machen muss. Weil ich bin zu Hause, ich schaue vor zur unabhängig und selbstbestimmt und trotzdem mit Team. Für mich persönlich ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich finanziell unabhängig bin. Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass noch ganz viele Menschen und auch du dich für diesen Weg entscheiden. Weil jeder hat die Möglichkeit, die Zeit, die er hat, zu nutzen für die Sachen, die ihm am Herzen liegen.